Was geht noch, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wie immer natürlich, Freunde. Danke für das Feedback, danke für die Unterstützung. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da. Und wir starten jetzt mit dem Boss-Vide. Elimer von den Dornen. Okay, Jungs. Oh, shit. Oh, Schaden. Okay, Schaden. Schaden ist da. Seine hat er auch. Seine hat er auch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was macht er? Er wirft den Bohrer an. Freunde, auf jeden Fall... Alter. Auf jeden Fall gerne weiter unterstützt die Videos. Macht das einfach gerne mit einer kleinen Bewertung. Und werfenblick in die Videobeschreibung. Ich hoffe... Uh, Enker-Schwert-Dämmerei. Alter, Schäle. Dornen-Groß-Schild. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich geht es denn hier weiter, aber das war der Typ. Wer das Scheiß-Schwert geklautert hat. Äh, Schwert. Oh, hier. Da ist sie doch. Allgemein, die ganzen Scharlach-Freude-Ritter haben ja so eine ähnliche Rüstung wie die Walküre, ne? Hm. Das war's jetzt? Ich dachte, der wäre irgendwie mehr Action, hätte ich gesagt. Wo haben wir das denn? Mein Gott. Boah, Alter. Danke an jeden, der das Gesundheit wieder reinschreibt. Dankeschön. Nice, nice, nice. Alter, geil. Ah, ist schon cool, ja? Schon ganz cool. So. Gut, dann würde ich sagen... Ja, dann machst du es wahrscheinlich hier unten. Jetzt gehen wir aber endlich mal... ...hier hin. Endlich mal kurz nochmal zu der Tafelrunde. Kurz mal gucken, ob der irgendwas Neues ist. Und haben wir nicht das getötet, was er wollte? Ja. Ähm, okay. Ich weiß, die Piteist-Fellow-Hiding-Away-On-The-Balcony. Er war ein Formidabel-Spellblade-In-Times-Past. Er war ein Formidabel-Spellblade-In-Times-Past. Er war nicht so leichter-Heir-Deceive-Yer. Er war ein Wies-Beyond-His-Years-Stout-Of-Heart-And-Cleer-Of-Mind. Er war nicht mehr, aber. Er sieht ihn jetzt. Er ist jetzt bei Thorn- Vierer ohne Autos. Er war nicht mehr, er war. Er war nicht mehr. Er ist ausgew Flecken. wenn sie durch die Menschen leben. Wenn die Gräse ist, die Menschen aus der Mitte rötet. Sie sie verbreitet. Ich bin der Goldene Ordnung, dass ich diese Schreckliche Land zu Recht folgt, folgenden nur die Gelegenheit des Great Elden Ring. Die Menschen, die in der Erde leben, außerhalb des Prinzipien der Goldene Ordnung. Der Mere Existenz soll die Gelegenheit des Gold, verbreitet ihre Wahrheit. Und so ist es, die Vermin muss exterminiert werden. Zu der sehr Lapp. Hm. Okay. Wie geht's dem Typen hier eigentlich? Er ist tot. Oh, Gears Brief. Hätte man ihn retten können? Wahrscheinlich hätte man ihn auch retten können irgendwie, wa? Eins hatte ich glatt vergessen. Eins hatte ich glatt vergessen. Es scheint, D hat einen jüngeren Bruder. Ich hab gehört, er schlummert in dem Aqueduct bei der ewigen Stadt Lokron. Angeblich trat er... ...gar nicht... ...trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle, von dem Prinzen des Todes. Wat? Hier steht der Wort. Brief des Hauses Vulkan. Jetzt waren der alte Ritter. Eine schriftliche Anfrage des Hauses Vulkan mit dem Namen eines so Jagd ausgeschriebenen Befleckten. Er hält sich im Limgrave auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfolgen. Achso. Achso, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab das gar nicht gecheckt, Alter. Ich hab das gar nicht gecheckt. Ja, können wir gleich machen, ne? Gar nicht gecheckt, ne? Na gut. Malenia, Lunar-Princess Rani. Und... ...the one only known. Rani has said to show here at the hold. We seek the whereabouts of the remaining three. If you should learn anything, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost right. We both desire to stand before us. Okay. Mein... Mein, ja ne Fresse da, ey. Mann, Alter. Immer aus dem Nichts plötzlich. So, was hat der denn jetzt? Dunkel-Spiel-Stand 4. Spiel-Stand 4. Okay. Hm. Das ist doch ganz gut, eigentlich. Geister- Ah, ja. Das checken wir auch gleich mal aus. Was war mit seiner Quest da? Das könnten wir eigentlich auch noch mal machen. Da hab ich noch... ...ne Rechnung offen eigentlich. Das könnten wir auch machen. Wir können ja gleich mal... ...den Auftrag nachgehen. Diesen Typen da jagen. Vom Haus des Vulkans diesen Auftrag. Und dann können wir eigentlich noch mal in die... ...Katakomben gehen. Ne, haben wir nicht. Haben wir leider nix. Was? Ja, 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 ja. Vergiss es, ey. Ja, du hast gedacht, ich bin tot. Wir wissen jetzt langsam, Alter. Na ja, gut. Gut, okay. Dann... Gehen wir von hier aus? Ja. Machen wir das von da aus einfach. Ach, scheiße. Sind wir hier richtig? Nein, hier ist doch vollkommen falsch. Ist ja vollkommen falsch. Hm. Wie kommt man denn da am besten hin? Äh, von hier? Hm. Das war ja was ganz anderes, Herr Speicherpunkt. Das war ja was ganz anderes. Das war ja die Brücke, stimmt. Ganz vergessen, ja. Ja, man muss sich das vorher überlegen bei den Ladezeiten. Ganz genau überlegen. Was nimmst du, was nicht? Ja. Okay. Da vorne. Also in die Richtung. Ist bestimmt auch wieder... ne Ecke, wo wir noch nie waren, ey. Hier unter der Brücke lang geritten bin ich auch noch nie. Aber komm ich hier einfach so locker easy dahin? Ist die Frage. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Oder? Scheiße. Ein Stück weiter gegangen, dann wär's easy gewesen. Ey, man kann es so schwer abschätzen, Mann, alter. Kann's nicht sein, Mann. Fand ich da einfach wie so'n nasser Sack runter, ey. Mann, Alter. Mein Gott. Ich hab aber wirklich nicht mitbekommen, dass wir da irgendwie ne Aufgabe bekommen haben. Wann haben wir die denn bekommen, genau? Kann ich mitbekommen, ey. War ich wohl am träumen, ey. Naja, das geht, Jungs. So einfach wär's gewesen. Naja. Naja. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Waren wir in der Burg da vorne? Nee, auch nicht. Okay. Okay. Ist das wirklich einfach Invasion? Klan? Okay. 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 Hm. Runenbogen. Kriegen wir jetzt für jeden Auftrag von denen einen Runenbogen? Was ist, was ist das für'n Clan? Einfach, also, Gilde. Soll das einfach nur gezeigt werden, wie wir Leute abfangen, oder was? Ah, Schuppenhelm. Alter, geil. Geh mal. Geh mal. Geh mal nicht davon aus, dass sie besser ist, als meinen jetzigen... Nee. Aber auch nicht viel schlechter, ehrlich gesagt. Alter, dafür, dass sie so viel weniger wiegt, auch nicht viel schlechter. Ach, shit, ey. Die wär ja richtig krass gewesen. Ach, shit, ey. Das Problem ist... Das Problem ist... Ähm... Das Problem ist, es hat mittlerweile zu viel in Ausdauer gesteckt, weißt du? Jetzt will ich das auch ausnutzen, dass ich so viele Punkte habe. Was ist hier denn los? Ich wollte doch einfach nur kämpfen als Krieger bis zum bitteren Ende. Also, warum, warum um führende Hand der Gnade will sich die Tür nicht öffnen? Gute Frage, ey. Wettkampf-Mehrspieler-Partien mit dem... Ach so. Naja. Kein Interesse. Kein Interesse. Hm. Tja. Komisch. So, okay. Lass uns mal kurz schauen. Unterirdische Straße. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Punkt der richtige war. Schlafgemacht. Eldentrum. Heiliger Turm. Heiliger Turm. Was war das denn für mich? Ähm... Ach so, warte mal. Götterbrücke. Können wir auch noch mal kurz abschicken. Warte mal kurz. Götterbrücke. Das war doch der Teleport. Der war doch so ein Riese. Den haben wir auch noch nicht platt gemacht. Oh. 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 Okay. Oh. Und auchň. Dann um fora. Woah. Diese 1400. Ok. Mein Gott, sorry. Heute ist aber ganz komisch. Hals kratzt schon wieder. Nase juckt. Okay. Checken wir das ab. Checken wir das ab. Wahrscheinlich kommen wir eh an einem Ort raus, den wir schon kennen. Oder auch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße. Isolierter Heiliger Turm. Ach, das ist doch ein Witz. Schon wieder ein Turm, ne? Das ist schon wieder ein Turm, oder was? Ach mein Gott, es ist wirklich... Also, nee. Nee, Mann. Das ist doch Scheiße. Das ist doch Scheiße. Boah, Alter. Ich weiß es nicht mehr. Wo war der Punkt, wo du... Bei diesen... Dicken Typen bist. Weißt du? Wo wir da... Gescheitert sind. Mit den 30.000 Seelen. Da würde ich mich nochmal ganz gerne durchkämpfen. Zu den Krabben, ey, da unten. Vielleicht ist der Typ auch aus der Tafelrunde dort irgendwo, weißt du? Dort. Ich muss an den Krabben vorbei. Ja. Ich hoffe, das ist der Speichepunkt. Überhaupt. 0,0. Wie heißt der denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Diese Straße, war das das? Ach Gott, ey. Das war eine Ladezeit. Freunde, es tut mir leid, ey. Es tut mir leid, ey. Alleine bei diesen... Wie viele Folgen haben wir jetzt? 60? 65? 70? Ich hab keine Ahnung. Alleine da. Nimm mal... Nimm pro Folge 2 Ladezeiten, Alter. Das sind einfach... Das ist... Boah, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Minuten das insgesamt sind. Aber hier. Hier nämlich. Hier müssen wir irgendwie... Ich muss mich hier nochmal durchkämpfen, ey. Oh! Alles gut. Alles gut. Du bist also wieder da, ey. Du bist also wieder da. Was ist gegen die hilfreich, ey? Heiligfett, Alter. Ich hab ja auch keine Ahnung. Blitz ist bestimmt ganz gut, oder? Obwohl, ich weiß gar nicht... Ich probier's, Alter. Ich nehm's jetzt einfach mal sicherheitshalber. Wollen wir die jetzt nicht unterschätzen, ey? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir nicht unterschätzen. Wieso denn der andere Schaden bekommst schon? Hm. Du Sau, Alter. Ja, zwei gleichzeitig ist ekelhaft. Zwei gleichzeitig ist ekelhaft. Alter Schwede. Äh, ja. Alter, als hätten die's gewusst. Als hätten die's gewusst, dass ich gerade da reingehe ins Menü, wa? Ich kann auch gerade, äh, Dingensmesser nehmen. Giftmesser. Als hätten die's gerade gewusst, wa? Ihr Schweinegesichter. Oh, shit. Oh, shit. Alter, die sind nicht zu unterschätzen. Ja, wir sind ja in der Hauptstadt, wa? Hier ist es nicht easy, ey. Auch wenn wir jetzt paar Level aufgelevelt sind, seitdem. Ist nicht easy. Ey, es ist halt... Vor allem, wenn man sich dann auch noch so dumm anstellt. Obendrauf, weißt du? Ja, genau. Schießt deinen eigenen Body ab, äh. Alter. Schön langsam verrecken, du Sau. Schön langsam verrecken. Verrecke schön langsam. Ja, ja, ja. Ja, genau. Verpiss dich, Alter. Heftig. Spiel aber auch wieder erste Mensch gerade, ey. Alter, Schwede. Zeit für Garnele, ja? Wertevolles Objekt voraus. Ich hoffe, es ist für dich, Alter. Heilige Scheiße. Oh Gott, ist das geil, Alter. Mox-Kette, Alter. Was ist das denn? Oder Mox. Es ist... Oh Gott, es ist so typisch, ey. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab's geahnt. Dass dieser siebener Stein ganz in der Nähe ist wieder. Wo ich schon mal war. Ich muss mich dann nur durchkämpfen. Es war so klar. Wann haben wir das bekommen? Keine Ahnung, Alter. Wann haben wir das bekommen? Ach. Mox-Kette. Wann, ich blind jetzt? War das doch bei den Talisman dabei? Nee, warte mal. Wir haben acht Larventränen. Also selten ist es wirklich nicht. Also acht Stück jetzt schon haben? Finde ich nicht selten. Äh... Hä? Wo ist das? Wo ist das? Wo hab ich's jetzt übersehen? Keine Ahnung, ja. Alter, meine Nase rotzt schon wieder so. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Keine Ahnung, was ist jetzt hier? Gerade los ist Kontrollpunkt voraus rechts. Oh, danke, Alter. Gut. Ich hab zwar selber wahrscheinlich nochmal genau geguckt, aber... Ey, geil, Leute. Ey, geil. Juhu. Zurück, zurück. Weg, 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 weg. Warte, 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 warte. Gott der Compen. Gott der Compen. Compen, Tompen, Alter. So, zurück zur Tafel. Aufleveln. Schwert aufleveln. Vernichtung steht an für die kleinen Rappen hier. So. Geil, äh. Richtig geil. Halt doch das... Sei da einfach ruhig. Jetzt wollen wir sechs Stück. Und dann... ...haben wir das Maximale rausgeholt mit Schmiedestein sieben. Aber Schmiedestein acht haben wir noch nicht gefunden, ne? Oder? Das war ganz kurz geholt, ne? Wie viel Sechser wir jetzt haben mittlerweile, ne? Was das für ein Krampf war, das zu finden? Sechser. Und jetzt haben wir siebzehn noch in der Tasche. Also theoretisch, wenn da irgendwie noch eine krasse Waffe kommen würde, könnte man die mitleveln. Aber... Ah, keine Ahnung, man. Es ist halt... Keine Ahnung. Wir haben gesehen, ne? Ob da nochmal was kommt. Oder nicht. So, okay. Guck mal, die Ladezeiten sind so lange, dass ich Zeit habe, kurz meine Nasen zu putzen, ne? Das ist krass, oder? Das sagt auch alles. Gut, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Alles gut. Jetzt bin ich ein bisschen glücklicher mit dem neuen Schwert. Das ist schön. Lass erstmal hier oben abchecken. War da unten was? Ich weiß nicht. Inwie kommt mir das bekannt vor? Inwie kommt mir das mega bekannt vor? Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass vieles sehr gleich aussieht. Muss man wirklich sagen. Okay. Oh, shit. Okay. Wollte ich gerade sagen. Hier ist bestimmt wieder was. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Jungs, 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 Jungs. Kontrollpunkt raus. Wow. Achso, hier sind wir. Ist ja geil. Alter, nice. Scheiße. Ja, Junge. Ah. Wie der vor meinem Schild abprallt. Was willst du machen, Junge? Du kannst nichts machen. Du kannst nichts mehr machen. Ist der süß. Ist der... Oh, Junge. Nicht mit mir. Ah. Au. Zu Seine mit dir. Zu Seine mit dir. Aber was bringt der Geheingang jetzt? Also nicht der hier, sondern der unten, meine ich. Was bringt der jetzt? Ach, hier war ja doch noch einer. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Jetzt gehen sie... Jetzt gehen sie tot wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Komisch. Oh Gott, Alter. Vielleicht noch mal hier rauf. Ob hier irgendwas ist, aber... Okay. Okay. So. Da waren die kleinen Schleine. Ich glaube nicht, dass ich da ein Level zusammen bekomme. Das ist jetzt wirklich ein normales Dungeon, oder was? Okay, Jungs. Oh, Scheiße. Was halten die aus, ey? So, das ist nur eine große Variante deswegen. Ja. Oh, Scheiße. Okay. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Das war's für heute. Nicht den! Nicht den! Rechts neben dir, Junge! Mach doch keinen Scheiß hier jetzt, Alter. Manchmal mit dem Anwesenden, wirklich. Kriegst du Panik in dem Moment? Kein Bock, da wieder umarmt zu werden von diesen Scheiß-Schimmel-Boys hier. Jawohl! Jawohl! Das hat gefehlt. Das hat gefehlt. Wir brauchen nur einen Sechser. Hey, was geht, Jungs? Das ist doch auch keine Lösung, Jungs. Das ist doch auch keine Lösung, Jungs. Sich selber hier umzubringen. Leiter versuchen und dann ist Zeit für dies. Was für Leiter, Junge? Fernkampf versuchen, ja. Das ist klar, ja. Aber... Ich hab nix. Ja, doch. Ich kann den ja, stimmt. Ich kann den ja mittlerweile nutzen. Ich kann den ja nutzen, weil wir ja durch die... Dingens... ...durch die... ...Karlis-Männer haben wir jetzt genug. Falscher Knopf. Scheiße. Falscher Knopf. Fuck. Scheiße, jetzt reicht das gleich nicht für den... Obwohl, bevor wir zum Boss weit kommen, können wir ja nochmal ans Lager voll gehen. Boah, das würde jetzt schon nicht mehr reichen für meine... ...meine Jungs, ey, um die zu rufen. Hm. Ah, warte mal. Na, komm. Der muss doch irgendwann wieder rauskommen, oder? Oder? Oh, mein Gott. Ah, das nervt so krass gerade, ne? Was geht? Was geht? Ey, ich will keinen Schuss. Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Ey, oh, sch... Boah, Junge, Power Slam, jawoll. Scheiße, Alter. Lass die Scheiße sein, Junge. Schuppenthalismann des Schmelztiegels. Was geht denn jetzt, ey? Schuppenthalismann des Schmelztiegels. Schuppenthalismann des Schmelztiegels. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Bin ich schon wieder blind? Alter, das ist doch einfach... Es steht doch sogar! Talismann. Das muss doch ein Talismann sein, oder bin ich... Bin ich doof jetzt schon wieder? Äh? Da ist er doch, ja. Verringert erlittenen Schaden durch kritischen Treffer. Ach, Leute, Jungs. Habt ihr nichts Besseres, Alter? Habt ihr nichts Besseres? Warte mal ganz kurz, Leute. Das muss ich kurz mal checken, wegen der Aufnahme. Ja, okay. Alles klar. Ja, komm. Weiß nicht, ey. Dieses mit der Geste versuchen kann natürlich irgendwo mal sein, dass wir sowas brauchen, ne? Ey, was geht, Jungs? Oder Junge. Ey, Junge, hör auf! Hinter mir? Nee, ich darf schon. zuh Boah, ich bin so verschleimt, es tut mir leid, die Folge ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm So Ja, was höre ich hier links? Das kann natürlich auch unter uns sein Lügner voraus Das ist doch eine Falle, ey Ach, ich wollte gerade noch wegrollen Ui, geil Daher noch, daher noch Waren wir hier schon, oder wer hat die umgelegt? Waren wir hier schon? Ne In dem Raum waren wir doch nicht Mit der Blume, oder? Ne Sind wir da vorbeigelatscht? Ne Ach Mit welchem Mechanismus haben wir das denn aufgemacht, Freunde? Hä? Bin ich blöde? Haben wir einen Hebel gezogen? Wodurch haben wir das aufgemacht? Jetzt mal Real Talk Wie komme ich denn jetzt zum Lagerfeuer? Ach, keine Ahnung Wir hören hier aber trotzdem erstmal auf Die Folge ist lang genug Ich muss auf jeden Fall mich noch kurz hier um meine Nase kümmern Er ist schon wieder die Allergie, kickt schon wieder rein Egal, scheiß drauf Ja, es tut mir leid, falls du ein bisschen verrotzt angehört hast Die Folge Wir machen hier beim nächsten Mal weiter Ist so krass, was hier noch in den Katakom auf uns gewartet hat Also schon nice Und wir müssen ja den irgendwie finden Vielleicht wartet er ja so als Boss oder so Als Mensch oder so Und er ist nur das Ach, keine Ahnung Wir werden sehen Wir werden sehen, Freunde Danke fürs Zusehen Haut rein Und Tschüss